Ja, ich denke sehr gut. Er kann jede Position meistern. Das hat er schon gezeigt. Er hat sehr gut trainiert, ob auf der rechten Seite oder in der Mitte. Also Josch kann wirklich alles spielen und hat ein riesen Talent. Ich weiß, wie ich war. Ich bin auch nicht jetzt auf einen speziell zugegangen, weil du auch nicht weißt, wie der darauf reagiert. Aber ich weiß, dass es schön ist, wenn ein älterer Spieler mit dir redet und dir gut zuspricht oder dich lobt. Und das versuche ich auch.